Guten Abend und willkommen. Die Zahl der Deutschen, die zum Islam... Nicht nur zum Freitagsgebet ist die Zinsatzkennung. Der 20-Jährige ist vor sechs Jahren vom Islam befreit. Und das ist der Fall, das ist der Fall, das ist der Fall, das ist der Fall, das ist der Fall. Islam als Vorbild. Ich wollte immer mehr erfahren und habe auch gelesen. Und das ist einfach die Wahrheit. Das haut einen einfach hoch, dass der Koran ist, der Islam ist von Gott. Oh, das merkt man auch. Also ich war auch auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit. Und bin in einer Buchhandlung in den Koran gestolpert und dachte mir, ich lese ihn mal. Ich habe ganz viel gelesen und kenne das Gefühl, wenn das Wort sinkt, wenn man etwas liest. Das ist wunderschön. Also meine Eltern sind sehr christlich und mein Mann glaubt dann gar nichts. Und ich war immer auf der Suche. Und jetzt habe ich es gefunden. Ich habe es gefunden. Ja, mein Herz wird Pumper, ja.